So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Eliminieren Sie die schwere Infanterie Nr. 8. Habe ich jetzt dazu gekriegt, das heißt in der nächsten Folge auch wieder eine Nebenoperation. Ist ein Wahnsinn, was ich da alles dazu kriege. So, wieder fliegen wir gleich eine, das passt schon. Gesagt haben wir auch, dass wir den Raketenwerfer mitnehmen, falls sie sich sammeln. Ein Schuss, buff und weg sind's. Und geht schon. Aber wir kommen näher. Bin gespannt, ob ich dann die schwere Infanterie Nr. 10 auch kriege. Na komm jetzt. Na komm jetzt. Danke. Ja, schau nicht so böse. Ich kann dich leider Gottes nicht duschen. Du musst urstinken, Alter. Du musst so stinken, das ist unglaublich. So, hallo. Mach dir hin. Wieso habe ich jetzt? Ach, verdammt. Na gut, dann müssen wir es helfen. Ich habe mir gedacht, ich habe den Raketenwerfer. Na, ist doch wurscht. So, da rein müssen wir. Du markierst mir wieder alles. Da vorne bewegt sich schon mehr. Vielleicht sind das schon die. Das wäre auf jeden Fall geil. Und ab geht's. Nr. 08 Das ist ein Wahnsinn, was ich da schon alles aufgenommen habe. Dieser Führerspiel, das ist unglaublich. Das ist jetzt Part 119. Ich weiß nicht, ob ich da den Hund draufschicken kann, ob der den umbringen kann. Updaten. Aber da jetzt den Ding, das wäre geil gewesen. Ich glaube, ich hole man. Ich glaube, ich hole man. Ja, warum nicht? So. Waffen und Gegenstände. Ich hole man trotzdem jetzt. Ich weiß nicht, ob ich da nicht. Ich fette da jetzt volle Kanne rein. Da sind eh vier Leute. Ich möchte das so schnell wie möglich schaffen. Ich möchte jetzt nicht wieder stealthen. Und, ah. Ich möchte einfach durchgehen. Und da alles, was geht. Einfach nur. So schnell wie möglich machen, damit ich endlich in die letzte Mission da reinkomme. Und gegen die haben wir ja keine Dinger. Also die, wie heißt es? Normale Kugeln keine Schau aus. Die prallen ja normal ab, halt. Das ist halt, ja. Noch siehst du mich. Noch siehst du mich, hä? Lad nach einfach. Lass dir Zeit, Snake. Ich muss ihn gleich mitnehmen. Das geht urschnell. Zack, zack, zack und alle weg, Alter. Das geht so schnell. Ist cool. Vielleicht jetzt nicht die schönste Art und Weise. Schaut mal, was ich gefunden habe. Danke. Das Spiel zu spielen aber trotzdem. Ich habe jetzt da schon so viele Parts aufgenommen. Ich bin gespannt, ob ich jetzt da auch noch die schwere Infanterie Nr. 10 kriege. Bin gespannt. Wir haben alle Nebenmissionen wieder gespielt. Ich zeig's euch dann. Ich zeig's euch dann. Bis auf... Also was mir jetzt noch angezeigt wird, ist die schwere Infanterie Nr. 09. Die wird mir noch angezeigt. Aber wie gesagt, ich lasse das jetzt einmal so. Wir gehen gleich mal rein. Ich zeig das immer so gerne her. Ich bin sehr stolz auf mich. Nämlich, das machen nicht sehr viele Let's Player, dass sie da alles herzeigen. Überhaupt, das sind ja so 6, 7 bis 10 Minuten Parts vielleicht. Das ist jetzt da nicht wirklich der Hammer. Da kann man auch nicht wirklich viel herzeigen. Usless hat's auch nämlich einmal gesagt. So, ja, das Spiel ist super, aber die Nebenmissionen, dass du die aufnimmst, das solltest du eigentlich sparen. Und ich hab gesagt, na, ich zeig wirklich so viel wie möglich her von dem Spiel. Ich bin wirklich begeistert davon. Ich mag das persönlich. Und so geht's noch schneller. Ja, das ist mir eigentlich auch wurscht. So, das ist mir eigentlich auch wurscht. Das überspringe ich dann immer. Super, A, A. A++ meine ich. So, jetzt setz einmal mit mir den Ladebildschirm. Achso, den haben wir ja eh schon öfters gesehen, oder? Na komm, jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Ob er was sagt. Und? 42% haben wir, okay. Er sagt nix. Cool. So, jetzt zeig ich euch das mal. Sollten eigentlich alles haben. Na, Gefangenenrettung 015 ist dazukommen. Leck mich am Arsch. Jetzt hab ich mich schon so gefreut. Na gut, wir machen aber auf jeden Fall die schwere Infanterie 09 im nächsten und dann halt die Gefangenenrettung. Also ich hoffe, dass das langsam mal, ja, mal ein Ende ergibt da. Boah, das ist ein Wahnsinn. Ja, bis dahin wünsche ich euch was. Tut mir leid. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.